Diese Sonate, ich kann sie nicht so spielen wie er. Keiner kann das. Das ist Ludwig von Beethoven, Herr Newe. Ich wäre durchaus bereit, den Ludwig zu unterrichten. Er ist ein Kind, ein achtjähriger Junge. Mit acht hat Mozart schon seine erste Symphonie komponiert. Die Stimme der Freiheit ist nicht mehr zu überhören. Und du, Ludwig, du kannst die Begleitmusik dazu komponieren. Wenn man den Fuß nicht im Nacken des Volkes lässt, dann muss man sich nicht wundern, wenn einem da bald der Pöbel auf dem Kopf herumtanzt. Bam, 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 bam. Das ist so langsam. Es ist einfach zu schwer, Maestro. Unspielbar. Herrgott Beethoven, die Leute wollen ihre Neunte hören. nix sowas. Es wird nicht gut im Moment mit der Musik. Wettet ihr wirklich nix? Gar nichts, Madame. Er ist stocktaub. Ihr wart doch auch mal verliebt. Warum lasst du mich nicht einfach in Ruhe ein Mensch sein? Haben Sie überhaupt je begriffen, was für ein Talent in Ihrem Sonnenstil? Es wird immer Fürsten und immer Knechte gehen. Und bleib da, wo man hingeboren ist. Die Dinge ändern sich nicht. Früher habe ich dich bewundert. Jetzt verstehe ich selbst deine Musik nicht mehr. Er hat mich dir immer eine Musik. Denn das ist die Zeit, dass wir mit der Musik nicht mehr machen. Aber wir gehen automatisch. Ich hoffe, wir nehmen uns diesen Tag nicht mehr. Das ist die Zeit, wie wir mit der Musik nicht mehr machen. Das ist die Zeit, wie wir mit der Musik nicht mehr machen. Das ist die Zeit, wie man das ZDG im Auftrag ist. Bis jetzt gut.